Was man sich nicht vorstellt, kann gar nicht Realität werden. Deswegen ist die Utopie die Vorstellung einer zukünftigen Realität. Ich denke, es ist sehr wichtig, Räume zu schaffen, in denen wir Menschen dazu ermutigen, ganz groß zu denken und die bestehenden Umstände noch mal fundamental zu uns erfragen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Meine größte Hoffnung besteht darin, dass nicht allein die Technik und die Ökonomie die Treiber des Fortschritts sein werden. Sondern dass diese Debattenkultur, die wir hier in Lüneburg machen, das ein ganz, ganz bisschen davon so weit abfärbt auf die Gesellschaft, damit am Ende nicht die Frage stehen wird, wie wird die Zukunft sein, sondern wie wollen wir die Zukunft haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017